Musik 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 Und wir sind wieder bei einer weiteren Folge von Banished Ja Was erwartet in der letzten Folge, falls ihr es nicht gesehen habt? Wir haben hier das Hospital Bedarf gebaut Wir haben hier die Old Hard gebaut und der Herbel ist auch fertig geworden Der Blacksmith ist fertig geworden, es ist so ziemlich oder? Ja, war gebe ich Folge 2 und Gut Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur schauen Das war Ja, dass die Leute eben Babys machen Denn ohne Babys Ja werden keine Leute mehr erwachsen Und Ja, das erklärt sich auch so von allein Und Die Leute gehen irgendwie nicht zum Arzt Obwohl sie nicht alt zu ist und ist Ja, der Reserve Food ist Low Okay, okay, das ist wirklich nicht gar so viel Ach so Okay, nie Alles okay, alles okay Alles okay Alles okay Mach keinen Stress Mach keinen Stress Mach keinen Stress Das ist Das ist Einzige, was jetzt wir haben Kinder Ja 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 Ich weiß nicht, sollen wir so einen Taylor machen Ja 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 nicht aber da gibt es eben nichts der sollte mal hier alles gaben so viel das heißt eigentlich wir haben alles außer die wir könnten hier einen handausposten jetzt bauen eigentlich hier könnten wir das 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 hier oder so dass wir da haben Schafen können wir dann weiter die vermehrt sich dann und wieso gibt er keine Ahnung Arzt ja okay vielleicht wollen die auch nicht noch zum Arzt gehen vielleicht erst bei 2,5 Herzen aber das wird aber das wird die 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 dann das das heißt wenn man noch einen erwachsenen auch hier der reichdopft ihr macht 2 2 2 3 4 5 5 6 7 8 10 10 10 11 10 sind es ist ja kalt jetzt kalt das heißt zieler wer hat aber ja das werden das heißt das war im winter hier war das das wird jetzt haben wir aber auch irgendwie mehr Arbeit als der andere irgendwie machen die Leute hier keine Arbeit okay Lockheil wir haben aber keine Kohle die Steine, nur die sind zu böse, das sind die Steine ja, Eisen haben wir da genug und das Ding noch in Eisen dann sollen sie hier das ganze Eisen so ja was haltet ihr denn ihr von wenn ich zu also würdet ihr es euch kaufen oder eher sagen nee, ich halte davon lieber Abstand dieses Spiel ist heiß also ich wird auch oh 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 Gott oh Gott oh 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 ok die kommen hier hier sterben Leute ne die hat ok das wird jetzt sehr knapp werden jetzt wenn wir uns alle wegsterben so ja star ok 3 2 Bilder ok da beläst aber auch aber Trader ok wir brauchen einen Trader wir kennen nämlich ich habe jetzt so angst dass uns die eben nächsten winter dann abkacken werden teils ja wallnüsse haben wir eigentlich viele sie tun sie aber eh ernten ach ich habe jetzt so angst sonst die alle wegsterben wir brauchen eine guten Gamera den Gamera wir haben ja weit zum viel zum nicht riskieren wir wir haben ja weitz dass wir Weizen anbauen und die sterben dann alle. Ja. Hier bauen wir ja eigentlich auch kaum weiter. Gut, also das wird jetzt mal nichts mit den Häusern, weil die sterben uns dann einfach alle weg. 600 Paprika, ey. Das ist ein Winter, okay. Ein Jahr müssen die mit 600 Paprika durchhalten. Ich hab das raus. Ich hab das raus. Die werden auch immer noch zufrieden, ne? Die haben immer mehr Ansprüche an uns. Und ja, es ist jetzt spätwinter und wir haben... Okay, ja. Jetzt sieht's wieder gut aus. Die Leute sind eben nicht fähig jetzt, dass der Babys machen. Also fähig sind sie wahrscheinlich schon nur zu faul oder sowas. Wir sehen dann jetzt, ob wir uns die Alten abkarten nehmen. Dann stellen wir aber jetzt die Trading Post ein. Damit der Bauer bitte hier am Bauwerke kann. Gut, komm, 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 mach, bitte, bitte. Ich will das jetzt noch in diese Folge bekommen. Und in der Theorie müssten wir eigentlich nicht, wenn jetzt das Haus gebaut ist, mehr Zufriedenheit bringen, äh, bekommen. Und das heißt, die Leute müssen Babys machen. Gut. Ja, die kommen mal durch. Und da ist es ein, sie zeigen uns auch ziemlich gut. Achtenswunder, weil das ja passt. Das geht jetzt. So, die haben jetzt eigentlich genug. Na, ich will es jetzt nicht überstürzen. Das war jetzt zu viel Bau. Weil, sobald ich jetzt wahrscheinlich das zweite Haus baue, sind dann zu viele Leute. 445 und 445, das heißt, sie könnten Kinder machen und es wäre nicht irgendwie komisch. Gut, da könnten wir jetzt eigentlich da weit davon lassen. Ja, mit der Zeit werden wir dann auch das Ortschart neu anbauen lassen müssen, weil einfach alle Bäume umknicken, nach der Reihe, weil irgendwie zu alt und zu krank sind. Und ja, das ist einfach. Am Anfang geht es ja noch ganz gut, wenn man hier das Warning-Haus hat. Aber dann wird es erstmal wieder schwieriger, wenn dann alle erwachsen sind. Die brauchen dann einfach mehr Essen. Und ja, es ist schwer. Auf was möchte ich denn warten? Ja, ob die hier Kinder kriegen? Aber es sieht jetzt nicht direkt danach aus. Wir könnten eine Kapelle bauen. Nur, dass es bebraucht wird 150 Stein. Das ist zu viel. Ja, aber das war es noch schon mit der Folge und ich sag, glaube ich, wieder. Bis zum nächsten Mal. Ja, noch kurz zusammen, was wir heute eigentlich alles geschafft haben. Wir haben eine Training-Post gebaut. Wir haben drei Leute verloren. Ja, wir haben das Haus hier gebaut und haben entdeckt, das einfach über 1.000 Pfeffer und hier auch kein, die kommen hat, der fix nur mit dem einen Haus. Ja, dann sage ich mal, ciao, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Weil ich bin nicht, ich hoffe, ich schalte wieder ein. Und das sage ich dann, ciao, Leute. Also, bis zum nächsten Mal und hau rein, Euterga 20, 20, 8.